Wie lange ist es her, dass du mal in Minecraft durchgespielt hast? Oh, ein Jahr? Würdest du dir aktuell zutrauen, das noch selber so aus dem Kopf hinzubekommen in der neuesten Version? Boah. Nee. Ich würde an deiner Stelle jetzt... Mach dich mal noch Bildspitzhacke, grab dich mal runter und baue erstmal ein paar Steine ab. Wie hast du schon Steinzeit bekommen? Der Föster. Hä? Wie hast du das so schnell? Hätt ich gekriegt, manche... Oh, eigentlich habe ich immer gesagt, ich töte keine Tiere in Minecraft, aber gut. Muss ich jetzt durch. Ja, wir können das auch... Wir können es auch Fleisch los spielen. Boah, das wäre eigentlich... Ich will... Ja. Ja, lass Fleisch los. Nur wenige Minuten später. Ey, ich sehe schon, das wird hier so lange dauern alles. Ja, also wenn du sagst, wir switchen auf Fleisch, dann sagen wir so... Ja, aber ich überlege gerade, ob wir nicht doch Fleisch essen sollten. Mist. Was soll eigentlich dein Skin darstellen? Bist du das? Das bin ich, ja. Sieht man. Trägst du immer so ein lila T-Shirt, ne? Hey. Findest du... Jetzt mal ehrlich, ich sehe schon gut aus, oder? Ich meine, dass du mir gerade ein paar Styling-Tipps geben wolltest. Also wenn ich dich jetzt gerade... Ja, aber das muss ja... Muss ja so sitzen. Damit alles schön abgeschnürt ist. Aha. Du gibst ihn ein Hit, läufst sofort weg und dann gehst du zum Beispiel hier an den Spot hin und baust dich einfach vier Blöcke hoch. Okay. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Ich hab's, oder? Ja. Begrünscht. Ey, wie machst du das so schnell? Lol, was war das denn, Digga? Bist du da ganz hinten in den Wald gegangen, oder wo bist du gerade? Siehst du diese Kirche? Achso, da bist du, okay, dann. Nee, ich bin nicht bei der Kirche, aber von der Kirche siehst du mich. Irgendwann hat der aber keine Trades mehr, ne, oder? Genau, dann müsste der halt wieder arbeiten und wenn er sich irgendwann nicht mehr arbeitet, also wenn er sich nicht mehr aktualisiert, dann macht er das am nächsten Tag um zwölf Uhr. Zwölf Uhr? Ja. Wie sieht man denn eine Uhrzeit in Minecraft? An der Sonne. Also du könntest jetzt sehen, was wäre jetzt für eine Uhrzeit? Ja, die Sonne steht im Westen, die geht jetzt langsam unter, ist jetzt so langsam später nachmittags, so 17 Uhr. Ich wusste gar nicht, dass du Fußball so mäßig bist. Ja, doch, sehr intensiv sogar. Sehr intensiv? Ja, sehr krass. Was für ein Verein, warte mal, lass mich mal raten. Es ist schon ein sehr schöner Traditionsverein, der... Okay, schon Tradition. ...gute wie auch schlechte Zeit mitgemacht. Und viele schlechte. Oh, okay, wenn du sagst viele schlechte, dann sowas in die Richtung Kaiser. Ist das lauter oder HSV, würde ich sagen. War zwar ist blau, nur der HSV-Luke. Es ist schon vom Niveau her ganz tief, ne? Komm mal lieber hier mit rein, komm mal hier mit rein. Ich will dich nicht, wo bist du? Ah, da. Au. Wohin, wohin, wohin? Komm mal. Hier einfach mal. Komm mal hier rein, komm mal hier rein. Oh mein Gott, ich habe einen, der hat. Oh mein Gott, ich habe einiges Herz! Nein! Ey, nein! Oh, nein! Du wolltest es mit mir ohne Sterben machen? Reinkürt es schon, ja. Nein! Oh mein Gott, ich wüsste... ...dass wir ohne Sterben machen. Komm, dann machen wir jetzt aber auch mit Essen. Dann machen wir jetzt wirklich auf Speed-Speed-Run. Lass mal zeitgleich uns vor einem Baum stellen. Hm? Jeder stellt sich so vor einen Baum, warte. Jeder hier nimmt so eine Birke. Und dann starten wir. Wer schneller die Steinsachen hat, okay? Okay. Drei, zwei, eins, los. Aber wir sind früher abgebaut. Hä? Wie? Was hast du jetzt? Spitz... Äh, Schwert, Schaufel, Hake, Akzent, Spitzhacke. Ich habe eine Spitzhacke. Ja... Das ist... also... also... Hä? Okay, ich geb dir gleich den Eimer, dann machst du auch noch ein Portal. Dann will ich mal sehen, wie schnell du das machst. Sag mal, was machst du da, Digga? Portal ist fertig. Hä? Boah, schaff ich den Sprung? Ich hoffe. Wie viele Nuggets hast denn du? Äh, 20er Pack hab ich geholt, war im Angebot. Was? Sag mal, hast du die Netherrack hier grad hingesetzt, damit ich hier nicht runterfallen? Vielleicht. Ich dachte nämlich grad einfach so'n Schutz für Dumme hier für mich. So'n Geländer für Knallchen. Ja, so'n Geländer einfach. Hallo da. Okay, das sind Magma Slimes. Mag man die oder eher nicht? Äh, ihr schaltet jetzt besser ab. Oh, perfekt. Alles gut. Soll ich dich heilen? Also, du kannst das Wasser nicht rutschen. Ist das grad dein Ernst? Wer ist schlechter, Kevin oder ich in Minecraft? Ähm, also Kevin ist nicht schlecht, ne? Das tut einfach weh. Krass. Hab ihn. Jetzt kannst du jetzt schiefen bekommen, dass du das erste Mal was mit dem Pfeil getroffen hast. Was? Nein, das kann nicht sein. Ja, aber dann hab ich doch wahrscheinlich noch keinen geschossen. Der hat's wahrscheinlich geleckt. Ja, genau, ja. Die Pfeile, die hier auch überall in der Wand stecken, ne? Also, ich weiß aber nicht, woher die kommen. Ja, das war von den Skeletten. Genau. Das hier, die geb ich dir mal im Notfall. Sollst du Lava fallen, dann trinkst du die einfach. Dann mach dir die am besten schon mal an die Leiste ready. Okay. Okay. Weißt du, wer sich gerade bei mir im Chat beschwert, dass du deinen Chat nicht liest? Wer? Revi. Also Luca, wirklich. Ich schwör, ich hab noch nie einen Stream gesehen wie diesen, ne? Wie? Du hast noch nie so einen Stream gesehen wie den? Was mach ich denn falsch? Ey, ich schwör, im Chat hätte deine Mutter schreiben können, bei mir brennt. Ich rate dich dann gleich zurück. Ich bin schon offline. Du bist offline. Wenn ich nicht rate, dann bin ich offline, ja. Achso. Wann bist du denn wieder online? Dann geh doch mal online. Nein, Basti, du hast mal Varo gewonnen? Ich hab das letzte Varo gewonnen, ja. Krass. Ey, wir sind da, ne? Ja, wir sind da. Wollen wir spielspielen, wer den anderen als erstes ins End schubsen kann? Okay. Du willst mich jetzt reinschubsen, oder wollen wir einfach reinlaufen? Ne, ich will dich reinschubsen. Du willst mich wirklich reinschubsen? Ja, und du sollst mich reinschubsen. Okay. Oh nein. Was kannst du eigentlich? Komm, wir gehen einfach rein, oder? Komm, ich bin drin. Haben wir alle? Ne, ne? Ne, ne. Pass auf, das ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist, ist, ist. Schön essen. Immer aufpassen mit den lila Partikeln, Digga. Wie gesagt, das ist ein Drang Spread, da stirbst du drin. Okay, jetzt mit dem Bogen auf den Drachen. Ja. Okay, bin dabei. Ganz gut, dass wir ein paar mehr Pfeile mitgenommen haben, meinst du? Ja, ich wollte gerade sagen. Du willst das halt unbedingt mit dem Bett machen, ne? Das ist doch so ein MLG-Move mit dem Bett. Boah, okay, pass auf. Du musst es gleich, wenn er in die Mitte fliegt, gehst du hier so hin, wartest, bis er unten fliegt und dort, wo sein Kopf ist, jetzt nichts machen... Oh, jetzt ist es halt hier ein bisschen... Dort, wo sein Kopf ist, guck mir zu, platzierst du ein Bett und dann einen Block aber davor. Ansonsten tötest du dich damit. So kannst du ihn killen. Okay, also wenn sein Kopf da ist, dann tatsächlich... Genauso wie du es gerade gemacht hast. Genau. Jetzt geht er runter. In die Mitte, in die Mitte. Du musst jetzt an den Pfeiler. Okay, 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 okay. Wo ist dein Kopf, wo ist dein Kopf, wo ist dein Kopf? Warte noch, warte noch. Jetzt da. Genau da, wo mein Block ist. Und jetzt das Bett rechts gibt. Während du hinter dem Block stehst. Okay. Jetzt mit dem Schwert, mit dem Schwert. Stark. Das ist es. Geil! Geil, einfach geil! Wir müssen jetzt ins Portal rein und dann ist es vorbei, ne? Dann ist es vorbei, ja. Soll ich kurz eine Brücke bauen? Ja, zeig mal. Okay, okay. Boah, echt nicht so schlecht. Oh. Ja, also... So schlecht war es jetzt ehrlich nicht. Knapp daneben ist es auch vorbei, meinst du? HSV, oder was? Ey, nächstes Mal bin ich auch... Ich hätte einfach sagen können, ich bin auch Köln-Fan. Ich bin auch Köln-Fan. Ey, Luca, heute geil. 3-0. Hennes, der beste, der neunte. Der ist mein Lieblings-Hennes. Ich hätte es einfach machen sollen. Ich hätte den HSV... HSV hat heute alles in eine andere Richtung gelenkt. Ey, ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass ich ja sterben könnte. Ich wollte einfach nur schnell eine Treppe bauen und dann da reinjumpen. Aber wir haben es ja geschafft. Ja? Ja, an sich haben wir den Drachen halt getötet, ne? Also... Man könnte jetzt, wenn man sehr streng ist, halt schon sagen, es geht darum halt das, ne? Durch das Portal zu gehen, aber... Ja, aber es war ja... Also ein paar Items von mir sind ins Portal gefallen. Ja, eben. Also... Ein Teil von mir hat es geschafft. Damit bin ich zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut gerne mal bei Basti vorbei. Okay. Und... Ich tue so, als hätten wir gerade ein Video aufgenommen, weil wir sind ja live. Lass uns auf jeden Fall ein Like da, Leute! Das war toll! Bis zum nächsten Mal.